Hallihallo ihr Lieben, wir haben heute Morgen uns gemeinsam diesen Screenshot hier angeguckt und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ist mittlerweile das Rätsel aufgelöst, welche Log da in Entwicklung ist. Es geht um die Baureihe 2018, von der wir schon seit einer geraumen Zeit eigentlich wissen, dass DTG, Quatsch, ich verbessere mich, dass TSG an dieser Log arbeitet. Jetzt haben wir endlich die ersten Screenshots dazu und zwar wurde dann heute im Laufe des Tages von Influencer, der zusammen mit Mike Golds diese Log hier baut, dieser Screenshot hier gepostet. Hier sehen wir mal die Log. Das alles ist übrigens Work in Progress, das darf man nicht vergessen, das sieht alles noch so ein bisschen komisch aus. Das ist noch weit davon fertig zu sein. Das ist jetzt auch noch nicht im TSW drin, sondern das ist, glaube ich, jetzt einfach nur erstmal das 3D-Modell und weit davon entfernt veröffentlicht zu werden. Also jegliche Kommentare in Richtung, die sieht aber komisch aus und in Realität ist das doch so und so. Das könnt ihr euch erstmal ein bisschen sparen und damit euch zurückhalten, denn das ist alles Work in Progress und wird sicherlich noch angepasst werden. Influencer ist ja auch der Typ, der beispielsweise die 648 gebaut hat. Die sieht ja auch sehr schön aus. Von daher bin ich da sehr zuverlässig, beziehungsweise zuversichtlich, dass auch dieses 3D-Modell am Ende sehr, sehr schön aussieht. Hier noch ein weiterer Screenshot erfen, weiter vorne. Baureil 218, also herrliche Diesel-Lok, endlich mal ein Großdiesel im TSW haben wir bisher noch nicht, was den deutschen Bereich angeht. Wir haben ja bisher zwei Diesel-Triebzüge sowie vier Diesel-Rangier-Loks, beziehungsweise die V-100 ist ja eigentlich eine Strecken-Lok, aber ihr wisst ja, die von Rivet Games, die 204. Dann haben wir die 336, die 335. Quatsch, Entschuldigung, kleine Zahlen. Die 3363, die 365 und die Voslo G6. Und jetzt haben wir halt endlich mal einen Großdiesel. Welche Wagen mit dazukommen werden, wissen wir noch nicht, aber dazu kommen wir gleich noch, da philosophiere ich gleich darüber. Und wenn wir noch ein bisschen weiter runter scrollen, hier einmal noch von Influenzo, es ist momentan nur ein Modell, Maßstab 1 zu 1, noch ohne Texturen und ohne Materialeigenschaften. Dementsprechend sieht die Lok dann auch ein bisschen komisch aus. Hier nochmal in einem etwas anderen Licht, das sieht auch noch deutlich hübscher aus. Also wirklich herrlich, ups, Entschuldigung, herrlich hier zu sehen, anzusehen, diese Lok. Ich glaube, viele von uns warten darauf. Hier auch noch von der Seite. Ja, kann man sich nicht darüber beschweren. Ich finde, da ist die Vorfreude auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr groß. Und hier auch nochmal von ein bisschen weiter oben und von der Seite. Sieht auf jeden Fall herrlich aus. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann kommt die Lok und für welche Strecke kommt die Lok und wie teuer ist die Lok und so weiter und so fort. Also, wann diese Lok kommen wird, wissen wir Stand jetzt noch nicht. Für welche Strecke diese Lok kommen wird, wissen wir auch nicht. Denn es kann sein, dass diese Lok mit einer neuen Strecke mitgeliefert wird. Oder, und das halte ich für wahrscheinlicher, das ist ein Lok-DLC von TSG selbst. Und wird für irgendeine Strecke erscheinen. Jetzt stellt sich die Frage, für welche Strecke. Wenn wir jetzt mal nur davon ausgehen, dass wir nur Strecken nehmen, die das neue Belichtungssystem haben, das es seit TSW 3 gibt, dann können wir die linke Rheinstrecke schon mal ausschließen. Weil, ne, deutsche Bahn AG-Logo, das passt ja dann schon mal nicht mehr. Wir können die Niddertalbahn ausschließen, weil auch das zeitlich nicht passt. Dann bleibt uns Bremen-Oldenburg übrig. Ich glaube, da würde die 2.18 ganz gut hinpassen. Und, ähm, uns bleibt Dresden-Rieser, halte ich auch für möglich, aber vergleichsweise unwahrscheinlich, weil wir gerade erst mit dem Vectron dort ein Lok-DLC hatten. Ähm, ja, also, ne, Bremen-Oldenburg scheint da meines Erachtens ein ganz guter Kandidat zu sein. Oder die Lok kommt für die nächste deutsche Strecke, die veröffentlicht wird. Wir wissen ja noch nicht, welche Strecke das ist, aber es steht ja eine Strecke auf der Roadmap, die ja anscheinend auch Cross-Border sein soll. Also vermutlich sowas Richtung, äh, Strecken, ähm, oder länderübergreifend Deutschland-Österreich. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht diese Lok hier, die 2.18, für diese Strecke dann kommt, direkt als Lok-DLC mit dazu. Also nicht mit der Strecke mitgeliefert wird, sondern man sich da vielleicht direkt das DLC dann dazu holen kann. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es irgendwie sowas in diese Richtung sein wird. Rollmaterial, joa, ne, also Dostos, die wir schon ingame haben, wäre eine gute Möglichkeit, wäre auf jeden Fall, ähm, ähm, nichts, was ich, was mich jetzt überraschen würde, wenn da einfach die altbekannten Dostos dazu geliefert werden. Oder N-Wagen, ähm, ich glaub, die 2.18 lässt die sich über einen Steuerwagen steuern. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ehrlicherweise. Ich glaube schon, ne, aber allerdings nicht mit dem, ähm, nicht mit dem Karlsruher Kopf, sondern ich denke mal, das wird wohl der Wittenberger sein, der, ja, wobei, das, äh, weder mit Karlsruher noch mit Wittenberger, weil die ja für, ähm, äh, Elektro-Loks momentan ausgelegt sind. Also im TSW haben wir ja die, ähm, den Karlsruher Kopf, der wird aber nicht funktionieren, weil der halt eben für Elektro-Loks ausgelegt ist. Und wir bräuchten halt den Führerstand, der entsprechend für Diesel-Loks, ähm, angepasst ist. Und da stellt sich halt die Frage, ob das vielleicht mit dazu kommt, oder halt eben das Ganze mit Dostos, mit den altbekannten Dostos. Wäre vollkommen in Ordnung, meines Erachtens. Dafür, dass wir halt eben eine neue Lok haben, ähm, müssen wir jetzt nicht unbedingt neues Wagenmaterial mit dazu bekommen. Wäre aber natürlich begrüßenswert. Naja, also so viel dazu. Wir haben endlich hier Screenshots, neue deutsche Lok, neues Spielzeug, das irgendwann in unsere Hände kommt. Wann, wissen wir noch nicht. Wir wissen nur, es ist von TSG. Wir wissen, es ist eine 2.18. Und wir wissen, dass sie halt irgendwann kommen wird. Aber wann genau, ist halt noch nicht ganz klar. Ja, also so viel dazu für die Dinge, die halt eben bisher noch nicht selbst drauf gekommen sind, was das Rätsel war. Hier seht ihr es. Baurei 2.18. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.